Ich verlange keine Erklärung für das, was du getan hast, Albert. Mama, kannst du dir mal kurz helfen? Es ist sehr lang her, aber für mich ist es wie gestern. Ich weiß, du wolltest, dass wir bleiben. Du hast an dieses Regime geglaubt. Deine Karriere in der Partei. Preiselbeeren. Und du wolltest deine einzige Schwester nicht verlieren. Und Karl war ja auch dein Freund. Albert, was haben Sie mit ihm gemacht? Wo haben Sie ihn hingebracht danach? Albert. Albert. Was ging da? Albert, du musst auch was sagen. Was ging da? Albert, ich warte dich, was du? Er ist tot. Er hat nichts zu hören. Er hat nichts zu hören. Er hat nichts zu hören. Ich verstehe es. Es tut mir so leid. Ja, Albert. Das wusste ich. Die ganze Zeit. Mutters Schmuck? Danke. Lebt wohl. Roswitha, ihr müsst jetzt wirklich kommen. Alles ist fast fertig. Aber das ist doch... Roswitha, du kannst doch nicht... ...einfach so...